Guten Tag meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Pseudo-Autismus. In unserer Facebook-Gruppe geht das Gerücht um, dass großer Fernsehkonsum Kinder pseudo-autistisch machen könnte, hat mir eine Mutter besorgt geschrieben und mich gebeten, mich dazu zu positionieren. Also ganz klar, falsch. Fernsehkonsum ruft keinen Autismus hervor, aber macht Müttern ein schlechtes Gewissen. Und Mütter sind großartig darin, sich ein schlechtes Gewissen machen zu lassen. Liebe Mütter auf dieser Welt, egal was sie tun oder lassen, es kann eine Menge mit ihren Kindern passieren, aber Autismus entsteht nicht. Autismus ist eine neurologisch bedingte Entwicklungsstörung, die lebenslang besteht. Wenn ihr Kind unter zu großem Fernsehkonsum leiden sollte, würde es ganz schnelle Entwicklungsfortschritte machen, sobald die Kiste aus ist. Das ist beim Autismus nicht so. Mütter neigen auch dazu, sich einreden zu lassen, sie hätten irgendwann nicht genug gefördert oder irgendwas noch besser machen können. Ja, jede Mutter hätte irgendetwas besser machen können. Und selbst wenn man glaubt, man war perfekt, erfährt man das, wenn die eigenen Kinder erwachsen sind und einem das vorwerfen. Haben sie bitte nicht den Anspruch, die perfekte Mutter zu sein. Der Anspruch ist viel zu groß. Gut genug reicht völlig. Und selbst wenn ihr Kind irgendwann eigentlich zu lange Medienkonsum hatte, weil sie dringend eine Pause brauchten, dann war das in der Situation genau richtig. Wir Mütter müssen nämlich auch darauf achten, dass wir nicht die Reifen abfahren, die ein Leben lang halten sollen. Denn wir wollen ja ganz lange für unsere Lieben da sein. Sorgen Sie also bitte auch für sich selber. Und versuchen Sie nicht, immer nur ein Optimum für Ihre Kinder oder Ihren anderen Angehörigen zu geben. Achten Sie bitte auch auf sich selber. Und lassen Sie sich nicht einreden, Sie hätten irgendeinen Fehler begangen, der dazu geführt hat, dass Ihr Kind im Autismus-Spektrum ist. Und rückwärtsgewandte Vorwürfe. Ach, hätte ich damals. Ach, hättest du damals. Warum hast du damals nicht die Therapie gemacht? Ach, das hast du gar nicht gemacht. Vergessen Sie es. Vielleicht haben Sie es damals nicht gewusst. Vielleicht hatten Sie einfach nicht die Kraft. Das Gestern können wir nicht ändern. Gucken Sie nach vorne und sagen Sie, gut, morgen kann ich das angehen. Oder morgen guckt mein Kind vielleicht nicht so lange Fernsehen. Haushalten Sie mit Ihren Kräften. Lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen machen. Auch nicht von den Supermüttern. Sie haben mit dieser Familie nicht eine Woche gelebt und wissen nicht, wie der Alltag wirklich aussieht. Alle Mütter, die ich kenne, versuchen es so gut wie möglich zu machen. Und dabei zu überleben. Noch einmal ganz klar. Nichts, was Sie tun oder lassen, macht Ihr Kind autistisch. Selbstverständlich sind gute Lebensbedingungen ein gutes Fundament für eine gute kindliche Entwicklung. Aber das muss nicht optimal sein. Gut genug reicht völlig. In diesem Sinne, bleiben Sie stark, liebe Mütter. contenido ist, W